Klasse Freistoß von Rath. Also dieses Spiel heute wird die Erleichterung groß sein bei den Altdachern. Der erste Sieg nach fünf. Der zweite Sieg hat die Geschwindigkeit. Der hat auch eine ganz gute Flanke im Fuß. Aua. die frage anderen die frau jetzt kommen sie mal durch und dann dieser und dann dieser pass in den rücken meter schießen retten müssen und da ist das gibt es nicht das ist doch nicht zu glauben stefan auch also jede aktion von ihm wird von den artmira fans gefeiert wir haben alle große freude dass der schnecker wieder da ist nach langer zeit wieder mal die kollegen im übertragungswagen sich die abseits entscheidung gerade angesehen haben und bestätigt haben dass der assistent richtig gelegen hat doch das ist ein faulspiel von poma braun der stamm mit der doppelpass aber dann kann sich mit der ecke und da kommt gerade kaum noch ran die vor versucht einen kunstschuss aber der bursche ist ja auch fällig paradox der christian gartner dem wünsche ich vor allem mal eine verletzungsfreie zeit der hat es so schwer dass er nicht vorigen stationen so oft und lange